willkommen zurück auf mini brunnen beim dummheits simulator johnny fliegt schon wieder das bereits gepflügt ja kann mir mal bitte einer sagen was so schwer daran ist zu gucken gepflügt und gepflügt dieser zeitverschwendung hier pappnase da geht wahrscheinlich welchen pappnase nenne mein club schutz kaputt okay wir haben auf der seite angefangen konnte nicht jetzt fragt noch mal die ganze seite zurück ich nenne ich nicht mehr johnny dich nämlich trottel so guck mal ich lade dich jetzt hier ab und lass dich hier flügen er kann das er macht das richtig jetzt auch gleich an dem streifen angekommen die funktionieren er hat seinen spaß ja guck mal hier der heute immer weiter auf der wird gleich eine pause machen müssen weil ihr zu durstlich seid dieses feld hier umzugruppern so jetzt bin ich gespannt so jetzt wird's so 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 gut Überhaupt nicht. Na gut. Dann fahren wir eben zu den Schweinen hin. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir denen irgendwas mitbringen können. Schweine. Sojabohnen haben wir jetzt alle verkauft, wa? Weizen, Gerste, Kartoffeln, Zucker, Rüben. Wasser, Stroh. Ach, die haben alles. So. Guten Morgen. Oh, da liegt der Dreck rum. Na Schweinchen, wie geht's euch? Wo ist mein Besen? So. Jetzt stolpere ich auch noch über meinen eigenen Besen. Alles klar. Läuft. Ja, fresst nur. Werdet schön dick und rund. Wachst und mehret euch. Und keine Sorge, ihr kommt nicht zu Tönnies. Ich hab hier einen hübschen kleinen Dorfschlachter. Der ist nett zu euch. So. Wie geht's denn meinem Feld? Hier wird's auch noch immer enger. Okay. Wie war denn das? Hattet ihr hier Pflegebereifung gehabt? Ich weiß, was ich mache. so. 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 Und zwar werde ich mal einen Tankanleger hier hinten. A werde ich auftanken. Und B werde ich die mal wieder zur Tankstelle fahren oder den wenigstens mal anhängen, um zu gucken, wie viel da noch drin ist. Na? So, jetzt. Ach, naja, wobei, der ist doch halb voll. Aber wenn ich ihn schon mal habe... ...dann kann ich auch gleich voll machen. So. Ich wollte ja eh zum Shop fahren und gucken... Oh, warte mal. Ich fahre ja mit Benzin rum. Ist ja Gefahrgut. Johnny. Johnny. Du siehst doch, dass das nichts wird. Stopp. So. So. Dann musst du eben warten. So. 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 So, A R Beflug starten, ja. Ich habe gerade R gedrückt. Aha. Okay. R gluggert. So. Ich kann jetzt gleich mal bei dem hier gucken. Weil ich kann den gerade nicht ansehen, ob der Pflegebereitung drauf hat. Konfigurieren. Genau, der hat Pflegebereitung drauf. Sehr gut, dann kann ich ja eigentlich wieder zurück. Dann ist das Pflegebereitung. Super. Ach. Muss ich mir merken, dass er blau und der rote Pflege haben. So. Du pflügst. Und du bist schon wieder. Ach. Ach. Was erzähle ich diesem Trotteln eigentlich noch? Was erzähle ich diesem Trotteln eigentlich noch? Na. Ihr fragt mich, warum ich mit den Feldern nicht fertig werde. Und Johnny. Äh. Macht hier alles doppelt und dreifach. Äh. Naja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr abzubrechen, weil... Egal. Ich sag dann nicht mehr zu. So. Wir haben jetzt noch 9000 Liter... Sonnenblumen. Die werde ich aber nicht den Schweinen geben, sondern die werde ich zum Gartencenter Getreide bringen. 9000 Liter, da reicht eine HW 80, wa? Äh. Dann muss ich die ja doch wieder trennen. Ha. Ich weiß was. Ich hab ja noch den russen Trailer. So. R. Nein. Sonnenblumen. Da. Und nochmal Sonnenblumen. Sehr gut. So. 1298. Gartencenter Getreide. Welches waren das? Ach, das war das da ganz hinten. Da steht noch einer? Ach nein, das ist äh... Eine Markierung. Warte mal. Eine Markierung haben wir gesagt. Gartencenter Getreide. Abmarsch. Tschüssi Kowski. Warum fährst du nicht in die andere Richtung? Ach egal. Du wirst das schon wissen. Oh. Okay, da müssen wir nochmal nachbessern. Hier macht man großen Schlenker. Okay. Da hinten müssen wir dann nochmal nachbessern. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal gleich. Bevor ich's wieder vergesse. So. So. Wo waren das? Hier, wa? Ja, ich seh's schon. So. Okay. Das sieht schon besser aus. Ähm... Den ziehen wir noch ein Stück raus. So. Und hier haben wir festgestellt, dass es funktioniert. 3.700 Euro Einnahmen ernte. 3.000 Euro ist aber ein bisschen wenig, wa? Helfer G und Helfer D wird blockiert. Sehr gut. So. Du machst jetzt auch den letzten Streifen. Okay. Dann kann ich dich hier... ...wieder in die Spur setzen. Hab Spaß. Quatsch. Dich bringe ich nach Hause. So. Jetzt muss ich mal gucken, warum ich nur 3.000 viele Sojabohnen bekommen habe. Ah, sehr gut. Du bist fertig. Und du fährst jetzt nach Fläche 1. Der hat beides abgeladen. Ach, 57.000, ich hab 13.000 bekommen. Okay. Alles in Ordnung. So. Dann würde ich mal behaupten, du fährst zurück nach Fläche 1. Viel Spaß. Du stehst. Du fährst. Und du... Bringst erstmal deinen Flug weg. Oh, der ist schon ziemlich kaputt. Gut. Dann werde ich gleich mal nach meinen Maschinen gucken. Hier. Du bist fertig. Und du siehst du auf der Ton aus dem Kugendriff. Du wirst Palmier. Dann schlafen wir mit den Schlag von hier. Weiß, du sagst du hier. Hier, Strautmann C. Ach, das muss auch noch gemacht werden. Okay, pass auf. Was? 15.000 für neue Fahrzeuge? Ah, Scheibenkleister. Habe ich jetzt irgendwo auf Kaufen gedrückt? Hahaha. Oh Gott. LVB hat keinen Tank mehr. Hier steht aber nichts. Ich habe nichts gekauft. Wo habe ich die 15.000 ausgegeben? Reparieren. 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 Wo habe ich die 15.000 ausgegeben? Warte mal, ich habe doch hier irgendwo meine Rechnungen. Hier. Heute. Neue Fahrzeuge, 31.000. Hä? Wo kommt denn die Meldung her? Ich hatte doch nur den, zuletzt hatte ich den Mähdrescher gemacht. Ich habe doch keine 15.000 ausgegeben. Mal gucken. Ich hatte zuletzt in der Garage Strautmann Ceylon. Da. Nö. Das ist ja alles mal eine Maschine. Ist da irgendwas neu dazugekommen? Nö. Nö. Ja, keine Ahnung. Was ich über die 15.000 will. Okay. Achtung. Sein Tank ist leer. Ach, der Düngetank ist das, wa? Ach, na gut. Fülle das Gerät zuerst auf. Dazu muss ich in die Richtung fahren. Ach nee, das geht ja nur an, äh... Big Packs. Escape. Ach nein. P. Das. Big Pack. Mineraldünger Big Pack. Kaufen. Danke. Fülle das Gerät zuerst auf. Danke. Und kehre an deine Arbeit zurück. Danke. So. Muss aber ziemlich weit gekommen. So. Okay, und H. Hab Spaß, Johnny. Gut. Läuft. Ja, läuft. Ich würde dann einfach sagen, das war's. Wir machen morgen weiter. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later. J komen weiter. Ja.